Hört sich nach jeder Menge Vorteile an. Insofern vielen Dank für die Infos und das war es schon hier von der InterSolar. Wir haben natürlich noch viele weitere Videos, deswegen unbedingt unseren YouTube-Channel abonnieren, liken und einen Kommentar da lassen. Wäre auch super. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euer Feedback.